Die Inflationsrate wird mit einem Trick nach unten manipuliert. Und was dahinter steckt, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute spüren wir der Frage nach, ob die offizielle Inflationsrate, die vom Statistischen Bundesamt ausgegeben wird, ein wenig geschönt ist, also künstlich nach unten manipuliert wird. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, dafür gibt es durchaus Anzeichen, denn das Statistische Bundesamt wendet jetzt eine neue Berechnungsmethode an, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Und tatsächlich sinkt jetzt die Inflationsrate aufgrund dieser neuen Berechnungsmethode. Und wie das funktioniert, das werde ich dir heute darlegen und auch zeigen, warum ich das für ziemlich kritikwürdig halte. Denn, naja, man kann da schon sagen, dass das Bundesamt nach dem Motto vorgeht, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Zunächst einmal möchte ich dir aber zeigen, warum die Inflation so ein krasser Wohlstandskiller ist, den man definitiv nicht unterschätzen darf. Denn viele haben das tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie stark man eigentlich dafür kämpfen muss, seinen Lebensstandard von heute langfristig zu erhalten. Und die Inflationsrate, die muss noch nicht mal besonders hoch sein dafür, um dir wirklich dauerhaft und signifikant was von deinem Wohlstand wegzunehmen. Und wie ich das meine, das werde ich dir jetzt einfach mal anhand von konkreten Zahlen zeigen. So, und dafür nutzen wir jetzt einfach mal diesen Inflationsrechner hier von Extra ETF. An dieser Stelle übrigens ein schöner Gruß an die Kollegen. Ich habe ja mal für drei Jahre für Extra ETF als Chefredakteur gearbeitet. Und wichtiger Hinweis, damit ist keinerlei Kooperationsvereinbarung jetzt verbunden. Also ich bekomme kein Geld dafür, dass ich jetzt diesen Rechner hier benutze. Aber rein in die Zahlen. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, was das bedeuten würde, wenn du 2500 Euro monatlich netto verdienst. Und was dabei rauskommt, wenn wir einfach eine ganz normale durchschnittliche Inflationsrate von 2% hätten. Ja, diese 2%, das ist ja der Zielwert der EZB, das, was die EZB tatsächlich an Inflation im Schnitt anpeilt. Also 2500 Euro netto monatlich, 2% Inflationsrate, gerechnet mal über 10 Jahre. Und da sieht man, dass hier also ganz schöner Wohlstandsverlust stattfindet schon. Also aus diesen 2500 Euro werden dann Kaufkraft bereinigt, 2050 Euro. Also dir gehen 450 Euro von deiner Kaufkraft einfach verloren. Oder andersrum gesagt, um die Kaufkraft von 2500 Euro netto monatlich zu erhalten, bräuchtest du in 10 Jahren dann knapp 3050 Euro. Und jetzt schauen wir mal, was passieren würde, wenn wir jetzt einfach nur die Inflationsrate ganz leicht auf 3% anheben, was da rauskommen würde. Und logischerweise geht dir jetzt noch mehr Kaufkraft verloren. Also das sind schon knapp 650 Euro, die dir hier flöten gehen. Oder andersrum gesagt, um 2500 Euro Kaufkraft zu haben noch in 10 Jahren, bräuchtest du dann schon 3359 Euro jeden Monat. Und was ich dir damit jetzt zeigen wollte, ist einfach, dass schon minimale Veränderungen bei der Inflationsrate wirklich einen sehr, sehr großen Impact haben können. Also Punkt um. Die Inflation ist ein echter Turbo für den Wohlstandsverlust. Und zwar selbst dann, wenn sie relativ niedrig ist. Und das ist sie ja aktuell nicht. Also wir haben ja gerade Inflationsraten eher von 6, 6,5%. Und da kannst du jetzt einfach mal sehen, wie viel Wohlstand dir jetzt einfach schon in relativ kurzer Zeit da bei diesen Inflationsraten der letzten zwei Jahre weggefressen wurde. Also die Inflation ist wirklich ein echter Faktor bei deiner langfristigen Geldanlage auch für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögenserhalt. Denn sie ist so etwas wie eine unsichtbare Steuer oder wie so ein unsichtbarer Negativzins, der die ganze Zeit gegen dich arbeitet. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass viele Deutsche jetzt aktuell gerade das Gefühl haben, hey, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir rackern uns ab, versuchen die Treppe nach oben zu kommen, aber bleiben trotzdem die ganze Zeit auf derselben Stufe stehen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich frustrierend. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. So und jetzt kommen wir zu dem größten Ärgernis in dieser sowieso relativ unschönen Angelegenheit Inflation. Wir kommen jetzt zu der neuen Berechnungsmethode vom Statistischen Bundesamt. Denn das Bundesamt, das sorgt aktuell mit einem simplen Trick dafür, dass die offizielle Inflationsrate jetzt niedriger ausgewiesen wird, als es eigentlich der Fall sein sollte. Zur Erklärung. Ja, also du weißt ja sicher, dass die Inflation immer anhand eines sogenannten Warenkorbs ermittelt wird. Und dieser Warenkorb, der umfasst insgesamt 700 Güterarten und er wird alle fünf Jahre neu zusammengesetzt. Und das hat jetzt wieder stattgefunden, nämlich rückwirkend ab dem Jahr 2020 kommt ein neuer Warenkorb zum Einsatz. Also das heißt, die Zusammensetzung wurde verändert. Aber diese Zusammensetzung des Warenkorbs geht meiner Auffassung nach komplett an der Realität leider vorbei. Ja, und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da passiert ist in dem Warenkorb im Vergleich zur alten Berechnungsmethode. Und deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal das sogenannte Wägungsschema, also mit welchem Gewicht die einzelnen Warengruppen einfließen in den sogenannten Warenkorb. Und da sehen wir jetzt hier ganz gut, dass insbesondere der sehr, sehr wichtige und große Bereich Wohnen plus Energie einfach im Vergleich zum Warenkorb 2015 runtergestuft worden ist. Ja, und zwar relativ extrem. Also gerade in dem Bereich Energie ist massiv nach unten gestuft worden. Ja, das hatte nämlich vorher eigentlich ein Gewicht von zehn Prozent in diesem Gesamtkonstrukt und liegt jetzt aktuell nur noch bei siebeneinhalb Prozent. Und das ist ziemlich abstrus, wie ich finde. Denn ich werde dir gleich zeigen, dass die Preise gerade im Energiebereich, du weißt es ja mit Sicherheit auch selber, ziemlich stark gestiegen sind. Also Punkt um, derjenige Bereich in diesem Warenkorb, der das größte Gewicht hat und wo die Preise am stärksten gestiegen sind in den letzten beiden Jahren, zum Teil zumindest, ja, ist jetzt einfach geringer gewichtet und das sorgt aus meiner Sicht für eine ziemliche Verzerrung. Und das sehen wir jetzt hier auch nochmal ganz gut anhand der sogenannten Revisionsdifferenzen, die übrigens auch selber vom Statistischen Bundesamt herausgegeben und veröffentlicht werden. Ja, also das heißt, hier sieht man, dass die neue Berechnungsmethode dazu führt, dass die offizielle Inflationsrate um circa ein bis zum Teil sogar anderthalb Prozentpunkte niedriger ausfällt als mit der alten Berechnungsmethode. Ja, und das ist wirklich, ja, hanebüchen, aber witzig, wie ich finde und aus meiner Sicht sogar relativ gefährlich. Denn ich habe dir ja vorhin mit meiner kleinen Berechnung da mit dem Inflationsrechner gezeigt, dass selbst geringe Veränderungen bei der Inflationsrate wirklich einen massiven Impact haben auf dein Wohlstandsniveau. Und wenn du jetzt die ganze Zeit mit Datenmaterial gefüttert wirst, die dir vorgaukeln, dass die Inflation viel niedriger ist, als sie es möglicherweise tatsächlich ist, ja, dann hat das natürlich auch irgendwie den Effekt, dass man sich, ja, zu sehr in so einer trügerischen Sicherheit letztendlich wiegt. Ja, und nur, um jetzt einfach mal die Beweisführung zu einem soliden Ende zu bringen, möchte ich dir einfach nochmal zwei Grafiken zeigen, die das Ganze verdeutlichen. Also hier in der ersten Grafik beim Öl, Heizöl und beim Diesel, da sieht man ja ganz gut, dass ab 2021 die Preise wirklich extrem nach oben gegangen sind. Also sie sind eigentlich echt explodiert, das kann man wirklich so sagen. Und jetzt hier in der zweiten Grafik beim Erdgas, ja, da sieht es einfach nicht anders aus. Auch da sind die Preise explodiert, auch wenn sie sich jetzt in der Zwischenzeit natürlich wieder ein wenig normalisiert haben. Das muss man fairerweise natürlich auch noch mal mit dazu sagen. Aber worauf ich hinaus will ist, dass diese Warengruppen in dem neuen Warenkorb jetzt einfach viel weniger Gewicht erhalten als zuvor, das geht meines Erachtens nach komplett an der Realität vorbei. Ja, und das Ganze bringt mich jetzt zu meinem Abschluss hier, nämlich dem Punkt, dass wir mit der offiziellen Inflationsrate wirklich Vorsicht walten lassen müssen. Also die ist definitiv nur mit Vorsicht zu genießen. Und diese neue Berechnungsmethode des Warenkorbs, die zeigt mal wieder eindrücklich aus meiner Sicht, dass es gerechtfertigt ist, wenn viele Menschen sagen, ja, also das Vertrauen in die staatlichen Institutionen hier in Deutschland, das geht mir leider mittlerweile immer mehr verloren. Also da kann ich mich definitiv auch anschließen. Ja, also ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, als ich das wahrgenommen habe, also wie das Bundesamt da einfach verfährt mit dieser neuen Berechnungsmethode. Und das bringt mich jetzt einfach zu meiner Abschlussfrage, die an dich rausgeht. Also siehst du es genauso wie ich, habe ich hier einen wahren Punkt getroffen? Oder bin ich hier etwas zu kritisch, schieße ich über das Ziel? Möglicherweise auch hinaus. Das würde mich wirklich interessieren, deine ehrliche Meinung. Bitte immer sachlich argumentieren, auch bei einem so potenziell relativ emotionsaufgeladenen Thema. Bitte immer sachlich bleiben in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank schon mal vorab. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn es dir gut gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir.